So, komm. Ein Pünktchen noch. Haben wir 4-1 geführt? Ja. Was wollen wir denn? A oder B? Alles gut. Da holt er mich ja ständig. Ach, deine Ecke! Und, na? Oh, mein Gott. Sorry. Ja, tut mir leid. Oh, da ist er von oben nach oben. Ja, alles gut. 12-3. 2-2. Mitte kommt Röhre. Oh. Ja. Saubert. Ich glaub, ich glaub, ich weiß nicht, hab ich Ace gemacht? Nee. Nee, doch nicht, ja. 17-7. Fast eine 20-Bomb, Alter. Scheiße. Okay. Ich muss jetzt gleich nach Hause, glaube ich, aber das war's.